Hallo Leute. Ja Freunde, der Mann, der auf dem Delfin reitet, ist der City Hunter, Jackie Chan. Rufen kann jeder. Nichts, wir weggehen. Der kommt! Nun geht mal nicht so an, du. Au. Jackie Chan hat immer einen munteren Spruch drauf und manchmal kriegt er richtig Dresche. Dann gibt's blaue Flecken von der Größe eines Zeppelins. Jetzt bin ich wieder dran. So Freundchen, jetzt dringen wir den Spieß mal um. Da. Und schüss und weg, das sehe ich anders. Ja. 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 Lauter gefallene Mädchen sorgen für eine Bombenstinke. Ja, das ist ja wie im Kino. Jackie! Da staunst du, hä? Ja. Oh, jetzt gibt's Schaschlik. Wenn alles in die Luft fliegt, fühlt einer sich richtig wohl. Jackie Chan. Denn schließlich ist er der City Hunter. Bis bald, Leute. Bis bald. Bis bald. Wie?